Musik Wir nutzen Certo in jedem unserer Projekte. Jedes Projekt ist unterschiedlich und bringt seine eigenen Herausforderungen mit sich. Certo gibt uns die Flexibilität, Lösungen für diese Herausforderungen zu finden. Für uns ist Certo ein so flexibler Werkstoff, weil wir ihn zum einen einfach bearbeiten können und gleichzeitig hohe Festigkeiten haben. Mit dieser Kombination haben wir bisher Lösungen für jedes unserer Projekte gefunden. Musik In diesem Projekt war die Geometrie die größte Herausforderung. Wir mussten zum einen enge Bögen fräsen, zum anderen brauchten wir die Stabilität für ein richtiges Pavillon. Musik 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 Musik